So, hi und hallo mal wieder. Ja, mal wieder was ganz Außergewöhnliches bei mir. Eine sogenannte Plasmakugel. Ja, sie gibt es schon seit ein paar Jahren. Es gibt sie auf dem Markt, die ja so Stromfrequenzen macht. Wenn ihr die Kugel berührt, gehen sie nach da hin und nach da hin. Aber wichtiger ist, warum ich sie mir gekauft habe. Einige von euch kennen ja meine Katzenspruch-Videos. Was heißt einige? Da sind Videos dabei, die sind eine Viertelmillion mal geklickt. Das sind einfach nur Sprüche von einem App. Da war so eine Katze, die hat dann eigentlich den Spruch, den ich gesagt habe, ihre Mimik gegeben. So, und das darf man ja jetzt nicht mehr. Ja, ich habe dafür einen Rübel gekriegt von YouTube. Ich sollte es doch unterlassen. Also habe ich diese Sprüche alle erstmal rausgenommen mit der Katze. Aber da wirklich die so gut angekommen sind, werde ich dieselben Sprüche und natürlich weitermachen. Ohne diesen Katzen-App, sondern mit einer Plasmakugel. Ja, dann heißen auch meine Videos, die ich demnächst, also die Spruch-Videos, die ich demnächst mache, die sind ja alles kurz. Einfach nur, äh, die Weisheit, nein, die Kugel der Weisheit. Spruch 1, Spruch 2, Spruch 3. Ich werde niemals dabei schreiben, was für ein Spruch dahinter steckt. Müsst ihr euch selber anhören. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, warum ich mich für diese Plasmakugel entschieden habe. Wer es wissen will, die ist 20 cm hoch, ist nicht auf Batteriebasis, sondern per Strom. Natürlich, Rahnhinweis, Bauanleitung und alles Mögliche steht da drin. Brauchen wir nicht. Wichtiger ist ja für uns noch den Stromanschluss. So, und das ist die eigentliche Kugel. Und wie gesagt, den nächsten werdet ihr einfach nur in meinen Spruch-Videos sehen. Dieses Teil. Mehr nicht, nur die Kugel an sich. Und warum, weshalb, das möchte ich euch natürlich jetzt auch zeigen. Warum ich mich hauptsächlich für diese Kugel entschieden habe. So, Sticker ist drin. Da ist der Anmachknopf. Ihr seht natürlich nichts. Dafür muss ich das hellere Licht ausmachen. Seht ihr natürlich jetzt auch nicht richtig. Aber jetzt seht ihr es richtig. Und dann kann man ja mit dem Finger... Aber ich will ja ein Spruch-Video davon machen. Und warum? Die reagiert auch auf Ton. Jetzt passt mal auf, wenn ich sie so hinhalte und spreche. Hi und Hallo mal wieder. Hier ist nämlich irgendwo ein Mikrofon drin. Hi und Hallo... Ah, da unten ist der Mikrofon. Dann wird nämlich die Kugel da nämlich auch ausgestrahlt, die Teile. Wie man jetzt spricht. Hi und Hallo mal wieder. Hier seht ihr wieder was ganz Blödes. Seht ihr? Und deswegen werdet ihr demnächst nur einfach die Kugel, natürlich ihn richtig dunkel sehen. Dann natürlich den Spruch einfach nur hören, den ich gerade spreche. Kein Katzenspruch mehr, sondern die Kugel der Weisheit. Und deswegen habe ich mir diese Kugel eben besorgt. Ihr seht es immer richtig. Per Tippen und per Sound. Also Stimme. Können natürlich auch Musik anschließen. Aber nichtsdestotrotz wisst ihr jetzt, warum ich diese Plasmakugel mir geholt habe. Aus bestimmten Gründen, weil ich meine Sprüche ja wieder weiterhin machen werde. Und natürlich, weil die sprachgesteuert ist. Wo ihr so eine Plasmakugel sicher und bequem bestellen könnt. Auch günstig. Ja, die gibt es schon unter 20 Euro. Versuche ich natürlich unter dem Video zu verlinken. Ansonsten war es das mal wieder. Freut euch auf den ersten und weitere Sprüche mit der Kugel der Weisheit. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.